Information zu RE3 von Stralsund Hauptbahnhof, Ankunft 11.10 Uhr, heute ca. 5 Minuten später. Gleis 7, Einfahrt S4 nach Markkleeberg-Gaschitz über Leipzig Hauptbahnhof Tief, Abfahrt 12.57 Uhr. Gleis 6, RB43 nach Kalau in der Niederlausitz über Doberluck-Kirchheim, Abfahrt 12.55 Uhr von Gleis 6. Gleis 6, Einfahrt RB43 von Kalau, Ankunft 13.06 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse, S4 nach Hoyerswerda über Roland, Abfahrt 13.16 Uhr von Gleis 3. Gleis 1, Einfahrt RE3 von Stralsund, Ankunft 13.10 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 4 steht, RG3 da steht, über Berlin Hauptbahnhof, Abfahrt 13.51 Uhr.